Wir wollen nun noch ein Beispiel für die Quotientenregel bringen. Bestimmt werden soll die Ableitung der Funktion f ist x² plus 3x durch x² plus 1. Dazu definieren wir die Funktion u ist x² plus 3x und v ist x² plus 1. Beachte, dass v von x nicht gleich 0 für alle reellen Zahlen x gilt. So müssen wir uns keine Gedanken über den Definitionsbereich machen. u von x ist x² plus 3x, daraus folgt u' von x ist 2x plus 3. v von x ist x² plus 1, daraus folgt v' von x ist 2x. Mit der Quotientenregel folgt nun f' von x ist u von x durch v von x ist gleich u' von x v von x – u von x mal v' von x durch v von x zum Quadrat ist gleich 2x plus 3 mal x² plus 1 – x² plus 3x mal 2x durch x² plus 1 zum Quadrat ist gleich 2x³ plus 3x² plus 2x plus 3 – 2x³ durch x² plus 6x² durch x² plus 1 zum Quadrat ist gleich – 3x² plus 2x plus 3 durch x² plus 1 zum Quadrat. Wir haben bisher nur Polynome abgeleitet. Wenn man mal von der letzten rationalen Funktion absieht, bei der das Ableiten auch auf Polynome führte. Aber auch die anderen Funktionen, die wir in der Lektion Funktionen kennengelernt haben, sind differenzierbar. So gilt beispielsweise, die erste Ableitung von sin von x ist cos von x und die erste Ableitung von cos von x ist –sin von x für alle x-Elemente der reellen Zahlen. Zusammen mit der Regel 1, Linearität bezüglich skalarer Multiplikation, erhalten wir folgendes. Auch die Exponentialfunktion xb von r nach r ist differenzierbar. Es gilt, xb' von x ist xb von x für alle x-Elemente der reellen Zahlen. Ebenso ist der Logarithmus differenzierbar, allerdings nur für positive x. Ganz einfach darum, weil ln von x nur für positive x definiert ist. Und wie sieht die Ableitung vom Logarithmus aus? Mit Hilfe der Kettenregel und einem kleinen Trick können wir diese Frage beantworten. Dazu definieren wir die Funktion h von x ist x. Wie wir vorhin bereits ermittelt haben, gilt h' von x ist 1 für alle x-Elemente von r+. Andererseits, und das ist der Trick, können wir die Funktion h auch schreiben als h von x ist xb von x, denn der Logarithmus ist hier gerade die Umkehrfunktion von der Exponentialfunktion. Mit f von x ist xb von x und g von x ist ln von x, erhalten wir nun h von x ist f von g von x. Dann können wir die Kettenregel anwenden und erhalten h' von x ist f von g von x mal g' von x. Hier benutzen wir f von x ist xb von x bzw. f' von x ist xb von x. daraus folgt xb von g von x mal g' von x. Wir wissen bereits, xb von x ist xb von x. Also ergibt sich xb von g von x mal g' von x. Hier benutzen wir g von x ist ln von x und es ergibt sich weiter xb von ln von x mal ln' von x. Wir wissen, dass ln die Umkehrfunktion von xb ist, also gilt x mal ln' von x. Wir haben also h' von x ist x mal ln' von x und h' von x ist 1. Siehe vorhin. Es gilt also, 1 ist x mal ln' von x und somit 1 durch x ist ln' von x für alle x-Elemente von r+. Damit haben wir die Ableitung vom Logarithmus gefunden. Zu guter Letzt wollen wir noch ein kleines Anwendungsbeispiel fürs Ableiten bringen. Dazu betrachten wir folgende Situation. Der Schüler ist wieder in den Bergen unterwegs und macht eine 4km lange Skitour. Das Höhenprofil dieser Tour ist durch folgende Funktion gegeben. h von 0 bis 4 nach r, wobei h von x ist gleich in Klammer x-2 hoch 4 minus 5 mal in Klammer x-2² plus 7, wobei alle Angaben hier in Kilometern sind. Wir fragen uns, welches ist der höchste Punkt, den der Schüler erreicht? Wie bestimmen wir den höchsten Punkt der Skitour? Dazu müssen wir das Maximum der Funktion h bestimmen. Wir erinnern uns an den folgenden Satz aus der Schule. Ist die Funktion h in x differenzierbar und gilt h' von x gleich 0 sowie h' von x kleiner 0, so hat die Funktion h an der Stelle x ein lokales Maximum. Ist die Funktion h in x differenzierbar und gilt h' von x gleich 0 sowie h' von x größer 0, so hat h an der Stelle x ein lokales Minimum. Lokal bedeutet hierbei, dass die Funktion h an allen Stellen in einer gewissen Umgebung von x kleinere Funktionsweite hat. Wenn es sich um ein lokales Maximum handelt bzw. größere Funktionswerte hat, wenn es sich um ein lokales Minimum handelt. An den Randpunkten des Definitionsbereiches von h sind diese Regeln nicht anwendbar, da jede Umgebung eines solchen Randpunktes auch Punkte enthält, auf denen die Funktion gar nicht definiert ist. Diese Punkte müssen daher gesondert betrachtet werden. Was ist zu tun? Zunächst bestimmen wir die Ableitung von h. Hierzu könnten wir zunächst die Funktionsvorschrift für h ausmultiplizieren. Allerdings macht das bei einem Exponenten von 4 wenig Spaß. Besser ist es hier die Kettenregel anzuwenden. Dazu definieren wir uns die Funktionen f von x ist gleich x hoch 4 minus 5x² plus 7 und g von x ist gleich x minus 2. f' von x wird dabei zu 4x der dritten minus 10x und g' von x ist gleich 1. Dann gilt h von x ist gleich f von g von x sowie h' von x ist gleich f' von g von x mal g' von x. g' von x ist 1, fällt also weg. Und es bleibt nur noch f' von g von x ist gleich 4 mal g von x zu dritten minus 10 mal g von x ist gleich 4 mal in Klammer x minus 2 Klammer zu hoch 3 minus 10 mal in Klammer x minus 2. Wann wird diese Funktion gleich 0? Dazu müssen wir die erste Ableitung h' von x gleich 0 setzen. Dabei erhalten wir 0 ist gleich 4 mal x minus 2 hoch 3 minus 10 mal x minus 2. Durch herausheben bzw. ausklammern erhalten wir in x minus 2 mal in Klammer 4 mal x minus 2 zum Quadrat minus 10. Nun fragen wir uns, wann wird denn diese Funktion 0? Nur wenn x minus 2 0 wird oder wenn der zweite Teil 4 mal x minus 2 zum Quadrat minus 10 gleich 0 wird. Bei der ersten Möglichkeit x minus 2 ist 0 erhalten wir unsere erste Nullstelle bei x ist 2. Bei der zweiten Möglichkeit betrachten wir nun den größeren Block. 4 mal x minus 2 zum Quadrat minus 10 ist gleich 0, was ausmultipliziert 4x² minus 16x plus 6 ist gleich 0 ergibt. Und wie rechnen wir das nun aus? Mit der großen und der kleinen Lösungsformel, welche wir bereits behandelt haben. Wir verwenden nun die kleine Lösungsformel. Dafür müssen wir aber zuerst beide Seiten der Gleichung vorher durch 4 dividieren und erhalten x² minus 4x plus 3 halbe ist gleich 0. Eingesetzt in die kleine Lösungsformel erhalten wir als Endergebnis 2 plus minus Wurzel aus 5 halbe. Die Nullstellen von h' aus der ersten Ableitung sind somit x1 ist 2 plus Wurzel aus 5 halbe, was ungefähr 3,581 ergibt. Und die zweite Nullstelle x2 ist 2 minus der Wurzel aus 5 halbe, was ungefähr 0,419 ergibt. So wie x3 aus unserer ersten Möglichkeit, welches den Wert 2 hat. Handelt es sich dabei um Minima oder Maxima? Dazu müssen wir die zweite Ableitung betrachten, also die Ableitung von h'. Dies machen wir wieder mit der Kettenregel. h' von x ist 4 mal x minus 2 hoch 3 minus 10 mal x minus 2 ist f von g von x. Mit f von x ist 4x hoch 3 minus 10x und g von x ist x minus 2. h' von x ist f' von g von x mal g' von x ist gleich f' von g von x ist gleich 12 mal g von x zum Quadrat minus 10 ist gleich 12 mal x minus 2 zum Quadrat minus 10. Es gilt also h' von x ist 12 mal x1 minus 2 zum Quadrat minus 10 ist gleich 12 mal 2 plus der Wurzel aus 5 halbe minus 2 zum Quadrat minus 10 ist gleich 12 mal 5 halbe minus 10 ist gleich 30 minus 10 ist gleich 20, was größer als 0 ist. h' von x2 ist gleich 12 mal x2 minus 2 zum Quadrat minus 10 ist gleich 12 mal x2 minus 2 zum Quadrat minus 10 ist gleich 12 mal 5 halbe minus 10 ist gleich 30 minus 10 ist gleich 20, was größer als 0 ist. h' von x3 ist gleich 12 mal x3 minus 2 zum Quadrat minus 10 ist gleich 12 mal 0 zum Quadrat minus 10 ist gleich 12 mal 0 minus 10 ist gleich minus 10 und somit kleiner als 0. an den Stellen x1 und x2 hat die Funktion h hat die Funktion h also ein Minimum, an der Stelle 3 ein Maximum. Die entsprechenden Funktionswerte ergeben sich folgendermaßen. h' von x1 ist x1 minus 2 hoch 4 minus 5 mal x1 minus 2 zum Quadrat plus 7 ist gleich 2 plus der Wurzel aus 5 halbe minus 2 hoch 4 minus 5 mal 2 plus der Wurzel aus 5 halbe minus 2 zum Quadrat plus 7 ist gleich. Die Wurzel aus 5 halbe minus 5 mal 5 halbe minus 5 mal 5 halbe plus 7 ist gleich 25 Viertel minus 25 halbe plus 7 ist gleich 25 Viertel minus 50 Viertel plus 7 ist gleich. h' von x2 ist gleich 25 Viertel plus 28 Viertel plus 28 Viertel ist 3 Viertel ist 0,75. h' von x2 ist gleich x2 minus 2 hoch 4 minus 5 mal x2 minus 2 zum Quadrat plus 7 ist gleich 2 minus der Wurzel aus 5 halbe minus 2 hoch 4 minus 5 mal 2 minus der Wurzel aus 5 halbe minus 2 zum Quadrat plus 7 ist gleich. h uns 3 ist gleich 2 von x2 dengan jesu gleich x2 minus 5 halbe minus 4 hoch 4 minus 5 mal 4 hoch 4 minus 5 mal 4 hoch 4 minus 1 mit 4 hoch 4 minus 5 mal 5 halbe numéro 4 hoch 4 minus 5 Halbe plus 7 ist gleich. 5 halbe zum Quadrat minus 5 mal 5 halbe plus 7 ist gleich 25 Viertel minus 25 halbe plus 7 ist gleich 25 Viertel minus 50 Viertel plus 7 ist gleich minus 25 Viertel plus 28 Viertel ist gleich 3 Viertel ist gleich 0,75. h von x3 ist gleich x3-2 hoch 4 minus 5 mal x3-2 zum Quadrat plus 7 ist gleich 2-2 hoch 4 minus 5 mal 2-2 zum Quadrat plus 7 ist gleich 0 hoch 4 minus 5 mal 0 zum Quadrat plus 7 ist gleich 7. Zum Abschluss müssen wir noch die Funktionswerte an den Intervallrändern 0 und 4 besitzen. h von 0 ist also 0-2 hoch 4 minus 5 mal 0-2 zum Quadrat plus 7 ist gleich minus 2 hoch 4 minus 5 mal 0-2 zum Quadrat plus 7 ist gleich 16 minus 5 mal 0-2 zum Quadrat plus 7 ist gleich Der Schüler beginnt seine Skitour also auf 3000 Metern. Nachdem er eine horizontale Strecke von 419 Metern zurückgelegt hat, ist er am Punkt x2 angelangt, auf einer Höhe von 750 Metern. Dies ist ein vorläufiger Tiefpunkt seiner Tour, im geografischen Sinne, und anschließend geht es weiter hinauf. Nach insgesamt 2 Kilometern horizontal zurückgelegter Strecke hat er den Punkt x3 erreicht, den höchsten Punkt der Tour auf 7000 Metern. Es folgt eine rasante Abfahrt und wenig später, nach insgesamt 3581 Metern, ist er wieder auf 750 Metern Höhe angelangt. Es gilt, den Schwung zu nutzen, denn auf den letzten 419 Metern geht es wieder steil bergauf, bis der Schüler nach 4 Kilometer wieder auf 3000 Meter Höhe ist. Insgesamt eine recht sportliche Leistung, wenn wir den Graphen der Funktion nun visualisieren möchten, so sieht dieser nun wie folgt aus. Wir erkennen die beiden Minima bei x2 ist 0,419 und x1 ist 3,581, sowie das Maximum bei x3 ist gleich 2.